Die WMB Ventilatoren GmbH ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, welches sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und kontinuierliches Wachstum setzt. Wir liefern weltweit hochgradig innovative Produkte im Bereich Ventilatorenbau. Durch das ELR-Programm haben wir eine sehr hohe Verantwortung erhalten, welcher wir versuchen gerecht zu werden, durch das neue Produktionsgebäude Arbeitsplätze zu sichern und neue innovative Produkte zu entwickeln. Das Gefühl, als wir fertig waren, war sehr positiv. Wir waren sehr erleichtert und froh, dass wir endlich hier einziehen konnten und sehr zügig dann die Produktion hier aufnehmen. Dieses Prüffeld, in dem wir uns heute befinden, hier halten sich Kunden auf für Abnahmen. Wir können interne Tests durchführen und sind von der Produktion komplett abgekapselt. Des Weiteren haben wir investiert in den neuen Logistik- und Lagerbereich. Hier können wir einen sehr hohen Qualitätsstandard setzen in der Wareneingangsprüfung. Und zum Dritten konnten wir unsere Endmontage-Linie sehr stark erweitern in Bezug auf einen 10-Tonnen-Kran mit 8 Meter Hakenhöhe. Das heißt, hier sind größere Ventilatoren umsetzbar in der Endmontage. Für mich ist es eigentlich ein wahnsinniger Schub für die gesamte Produktionslinie. Wir konnten so unsere Kunden doch mehr begeistern. Einmal von den Produkten, von der neuen Halle und aber auch von den Dimensionen, die wir jetzt praktisch mehr und mehr umsetzen können. Wenn man so viel Geld von dem Programm bekommt, wir möchten das umsetzen und möchten auch der Gesellschaft etwas zurückgeben. Zum einen gibt es da zwei wesentliche Punkte. Das sind sichere Arbeitsplätze und aber auch viel mehr Produkte mit sehr hohem Effizienzgrad. Das heißt, energiesparende Ventilatoren, was wir jetzt heute hier umsetzen können.